Heute geht es um wichtige Verben mit Akkusativ. Haben Meine Eltern haben einen Hund. Kaufen Du kaufst einen neuen Tisch. Brauchen Wir brauchen dringend Toilettenpapier. Wollen Ich will heute nicht ins Schwimmbad gehen. Möchten Stefan möchte mit den Kindern einen Ausflug machen. Sehen Wir sehen unseren Nachbarn vor dem Haus. Besitzen Herr Seid besitzt ein Haus mit Garten. Anrufen Rufst du mich bitte morgen an? Essen Wir essen alle zusammen. Trinken Ich trinke viel Wasser, besonders wenn es heiß ist. Abholen Du holst dein Kind um 12 Uhr vom Kindergarten ab. Suchen Suchen Sabine sucht einen guten Schreibtisch für das Homeoffice. Finden Er hat einen Geldbeutel gefunden und gibt ihn beim Fundbüro ab. Kochen Frau Frau Yilmaz kocht heute ein gutes Essen für ihre Gäste. Backen Ich backe einen leckeren Apfelkuchen. Besuchen Mara und Tym besuchen am Wochenende ihre Großeltern. Bestehen Hoffentlich bestehe ich den Englisch-Test. Bezahlen Ich bezahle den Kaffee und den Kuchen für dich. Hören Plötzlich haben wir laute Musik gehört. Kennen Ich kenne einen guten Friseur. Kopieren Der Lehrer kopiert viele Arbeitsblätter. Lesen Frau Schmidt liest morgens immer die Zeitung. Lieben Ich liebe meinen Mann und meine Kinder. Mögen Mögen Ich mag den Wald sehr. Ich gehe gern dort spazieren. Werfen Du musst den Brief in den Briefkasten werfen. Vorbereiten Vorbereiten Frau Schulz hat den Vertrag vorbereitet. Treffen Amar Amar trifft seine Freunde am Nachmittag. Verstehen Übersetzen Wir verstehen den Text und übersetzen ihn. vorberem abeale Wir werden das aufberem Mögen Ma Lett zu S